Lasst mich euch mitnehmen auf eine fantastische Reise. In eine Welt voller verborgener Geheimnisse und magischer Dinge. Die Welt voller Geheimnisse Der Mann, wir wollen übersetzen. Ihr goldbeheckten, verdammten Flattermädchen! Ich will euer Gold nicht! Ah, freck! Erleichtert sich die Macht des Lebens! Ha! Hört nicht mal zu! Na los, versprecht mir meine Bezahlung! Ich habe es vorgestellt! Ein bisschen so was, dass eure Finger da so ein bisschen Licht durchlassen, seht ihr das? So ein bisschen Licht durch? Ich habe es vor Schock bekommen! Das war so cool! 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 Zwei Apfelkunde weg! Zack! Zack! Eins und zwei und drei, vier, eins, zwei, eins, zwei, eins! Ein hüpfendes und springendes Gartenvolk! Ein großer, schnarchender Riese, der mit seinem Körper nichts, mit seinem Schatten aber alles vermag! Dann ist ihr noch mal an! Die! 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 Untertitelung. BR 2018